NABU Osterode Internationaler Nistkastenbau am Tilman-Riemenschneider-Gymnasium in Osterode am Harz. Am 17. April 2012 war es soweit. Der NABU Osterode traf sich mit Schülern des Tilman-Riemenschneider-Gymnasiums und polnischen Austauschschülern, um Nisthilfen zu bauen. Die von Herrn Pranger angeregte Aktion dauerte drei Stunden und konnte dank des guten Wetters im Freien dem grünen Klassenzimmer durchgeführt werden. Die sehr disziplinierten Schüler hatten Spaß daran, die Vogelhäuser zu bauen und wie man sehen kann, sind die Ergebnisse gelungen. Herr Klaus Becker, der Bürgermeister der Stadt Osterode, ließ es sich ob dieses Events nicht nehmen, die Schule und Schüler zu besuchen, um ihnen ein Grußwort zu widmen. Mein Name ist Klaus Becker, ich bin Bürgermeister der Stadt Osterode am Harz und wir sind hier gerade beim Gymnasium Osterode beim PRG, um uns zu bedanken für den Putztag, für die Teilnehmer Putztag. Und dann kommen wir hier mitten rein in eine Aktion, die hier in Sachen Nistkastenbau mit NABU, dem NABU zusammen gemacht wird zwischen polnischen und deutschen Schülern. Ich finde eine ganz tolle Aktion, die viele, viele Vorteile hat. Die für die Natur Vorteile hat, aber auch für die Völkerverständigung. Also was kann man besser machen? Viel Spaß! Frau Thiele, Schulleiterin des Kilmann-Riemenschneider-Gymnasiums in Osterode am Harz, betonte, wie wichtig für ihre moderne Schule internationale Austausche seien und unterstrich die persönlichkeitsbildende Wirkung solcher Maßnahmen bei den Schülern. Herr Pranger, der durchführende Lehrer am Tilmann-Riemenschneider-Gymnasium, informierte darüber, dass vier der gebauten Nistkästen in Osterode verblieben, während die anderen vier Vogelhäuser mit den Austauschschülern in deren Heimat reisen würden. An den entsprechenden Standorten aufgestellt, möchten diese die durchführenden Schüler, aber auch künftige Generationen daran erinnern, dass Flugtiere keine Grenzen kennen und so ein friedliches und geeintes Europa gemahnen. Nach dem Basteln durften sich die Schüler bei Pizza stärken. Der NABU Osterode wünscht den Schülern einen tollen Aufenthalt im schönen Osterode am Südharz und alles Gute für die Zukunft. NABU Osterode e.V. Abgunst 1 37520 Osterode am Harz Sparkasse Osterode Bankleitzahl 263 51015 Kontonummer 80499 2 3 8 5 6 10 10